Es ist Dienstag und es ist soweit Es ist 20 Uhr und die Laune steigt Denn Alex und Stefan moderieren hier Eine Stunde voll Wissen, Spaß und mit dir Oh yeah, heute ist Dienstag, es ist Sabbelzeit Alle, die das Hobby Sonne lieben, seid bereit Mit Alex und Stefan, gleich geht's los Mit euch allen zusammen wird es famos Viel Gelaber und Spaß, eine ganze Stunde lang Also hopp noch schnell Pipi machen, bevor wir anfangen Lasst schon mal nen Daumen hoch da Jetzt geht's los, der Sabbeldienstag ist da Los geht's, Sabbeldienstag ist da Moin und willkommen zum Crazy Detectors Sabbeldienstag Ich hoffe das passt, weil dieses Internet macht mir gerade ziemlich kehre Und ja, wie ihr seht bin ich alleine Also mein Name ist Stefan Hier würde eigentlich die Alex sitzen Die lässt sich entschuldigen, die ist leider krank Oder die buddelt noch Um das neue Legend Update zu verstehen Ich hoffe Bild und Ton passt Haut mal ganz kurz rein, ist mega wichtig Weil dieses Internet killt mich im Moment Das ist immer wieder weg Deswegen hoffe ich, das passt Vorher fange ich nicht an, weil das macht ja keinen Sinn Schreiber bitte rein, Ton passt, Bild passt Und dann können wir loslegen Ihr wart ja schon wieder super früh da heute Guckt, ich hab jetzt extra für die Alex hier noch ihren Mikrofonständer hin Alles okay, sehr schön Komisch, dann ist das nur auf meiner Seite irgendwie Subi, also fangen wir oben an Den ersten, den ich sehe Und ja, das dauert wieder 5 Minuten Patrick, ich weiß Der erste war der Niko MK80 Dann Bayern-Sondler Unkreativer Name Slash On Ja, schöne Grüße nach Bayern Deinen Namen habe ich hier glaube ich noch gar nicht gesehen Oder wieder vergessen Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste Küsten-Sondler ist dabei Holzland-Sondler ist dabei Sondel-Schumi-Traubnir Markus-Marker Beutel-Rade Hoppala Die Beutel-Rade ist da Leopold Bründelmeier Service aus Österreich Na ganz grüzi Wollte ich schon sagen Ganz schöne Grüße Nach Österreich rüber Münzsäuger Clay Parki Was ist denn das für ein Smiley? Okay Agarjäger ist dabei Einen wunderschönen guten Abend Freunde des gehobenen Sondens Gebe ich dir recht Dominik Zipperle Dittmar ist dabei Und die Birgit natürlich auch Der Orschel-Sonder Tjalk ist auch wieder da Unser Schiff ist in den Hafen gelaufen Tobi ist dabei Boris ist dabei Willibald André Dem habe ich schon wieder Einen Suchauftrag Vermittelt Ich fühle mich schon so langsam Wie deine persönliche Bürofrau Meister Georg von der The Moly Moly Roof Sondengänger Von euch habe ich ja so viel Geiles Videomaterial In das Rap-Video Reingehauen Ich hoffe das habt ihr alle gesehen Und ich hoffe es hat euch gefallen Für euch lasse ich mir immer noch Was einfallen Ich weiß das sage ich schon seit Zwei Monaten Aber da kommt noch was Die Lilly ist dabei Die Bier Anka ist dabei Und äh Bianca bitte Nimm den Sascha Nicht so hart ran Der ist zart beseitet Ich sehe schon die ersten Videos Von ihm So Was hast du gemacht Stinkbesoffen auf dem Acker Piep Piep ist dabei Thomas Ries ist dabei Opa Luzzi Und jetzt ist das wieder hier gesprungen Wo ist das hin Wo ist das hin Jedes Mal die gleiche Scheiße hier Da springt er immer Dann finde ich es nicht wieder Auf jeden Fall Doch da Der Gerhard Gottberger ist dabei Sonnenhüllschumi Crazy RC Plains ist dabei Andreas Dietze Die Münzer Hatten wir es schon Moritz Horst Hodensack Moin Meister Horst Hodensack Okay Herdi ist dabei Ich habe hier gerade gesehen Der Klaus ist da Heute gar keine Info bekommen Sabbeldienster Erkläre ich euch gleich Dann haben wir Agamagamuggefuchs Günder Weingarten Moin aus dem verregneten Rheinland Zumindest geht um 20 Uhr die Sonne auf Dankeschön Also Du hättest auch sagen können Der Mond geht auf Aber Sehr schön Feuerelf ist auch da Party sehr schön Und wie ich sehe Kannst du alles Was Klar kann ich alles Komm So Da ist dabei Moin Stefan Der Expediaus 2 vs 6 Masters Heute angekommen Aber die Kopfhörer liegen mir nicht besonders Bekommst du wohl noch eine Bestellung Du willst bestimmt die Großen haben Meine Großen Nauscher Jensen ist dabei Für Jensen habe ich eine kleine Überraschung Im neuen Video Was auf Sonnensüchtig Obwohl ich glaube man sieht Sieht man Ne man sieht es heute nicht Ich habe euch ein bisschen was vorbereitet Trajee ist dabei Petra Brill Das ist schön Dass auch die Mädels hier abends immer einschalten Das hebt die Mädelsquote sehr sehr gut Und der Wetterauer Sebastian ist dabei Gregor Günther Unser Schornsteifiger ist dabei Michael Schlörith Der Sondel Müller Und Brave Danke für dein geiles Snifferprogramm Gerne 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 Guck mal Genau 5 Minuten Ich habe mich beeilt Damit ihr nicht wieder schimpft Oder damit es nicht wieder heißt Ich würde nur einen Namen vorlesen Hier Das Tablett macht immer Autokorrektur Hast du schon verlernt wie man schreibt Ja Also Ihr seht Ihr habt mich heute Abend alleine an der Backe Ich habe versucht mich trotzdem ein bisschen Professionell zu kleiden So Damit es nicht heiß Ich renne mal rum wie Schlumpfi Wie ich untenrum aus Sie geht euch ja nichts an Und Ja Die Alex hat es leider komplett weggefegt Die liegt mit Fieber im Bett Da ist wohl die ganze Woche Nichts mehr zu holen Und deswegen Auch kein Newsletter Und deswegen auch keine Benachrichtigung Sie lässt sich also entschuldigen Schickt mal liebe Grüße raus Und gute Besserung Was? Ich tippe stark auf MeinLab Comeback Frau sagt Sie will es wissen Neugierig und so Nö Eben nicht Kein MeinLab Comeback Aber Ne ich sag es dir das nicht Sonst nehme ich mir selbst die Überraschung Was? Sie möchten auch so ein Auch so ein Tag Was? Warten Ich bin doch nicht schon Kirre hier So ein T-Shirt Das habe ich von der Alexandra zum Geburtstag geschenkt bekommen Damit ich mal nicht so aussehe wie Schlumpfi Müssen wir mal gucken Das Problem ist Die sind immer so arschteuer Und wir hatten ja mal eine Zeit lang Merch gemacht Aber da bleibt halt nichts hängen Wenn du das im großen Stil machst Gerade so T-Shirts oder so Das ist immer mega ätzend Und wie kann man eigentlich die W2 XL mit dem W6 verbinden Ganz normal Ganz normal Du musst ganz normal in das Verbinden Menü rein Wo auch der Pointer ist Ich wollte tatsächlich ein Video dazu machen Weil ich hatte das im englischsprachigen Forum auch schon Der hat auch nicht gecheckt Wie er die W6 Wie er die XL koppelt Ganz normal Du gehst ganz normal in dein Menü rein Wo du auch den Pointer verbindest Suchst die Kopfhörer Und dann hältst du an den XL Kopfhörern Die Minustaste gedrückt Und zwar 8 Sekunden Und dann geht das Bekomme der Sniffer nicht so richtig eingestellt Wie auf der AC Aber wird schon so Du musst die AC ran Ne Das funktioniert hundertprozentig Das weiß ich Weil ich das selber auf meinem W6 hab Oh Guck mal Grüße aus dem Urlaub der Silverin Ich bin nämlich ganz alleine In diesem Riesenhaus hier Keine Sau da Alle ausgeflogen Alle im Urlaub Und alle haben mich allein gelassen Also Severin Schöne Grüße in die alte Heimat Schön, dass du dran denkst Steht noch alles Ist noch nichts umgefallen hier Obwohl gestern Abend hier Echter Punk abging Was Sturm angeht Also Da muss nix hängen bleiben Das ist Fanbase Ja Aber das macht nix Wenn ihr da noch drauf zahlt Am Ende, Alex Moinsen aus Thüringen Und eine schnelle Genesung Für die Alex Danke, Stefan Also Haben wir das Also XL Kopfhörer Ganz cool über den W6 einbinden Kann ich dir noch ein Video zu machen Äh Was war da noch? Achso, wegen Einstellungen Funktioniert auch hundertprozentig Weiß ich Weil ich das selber hab Auf meinem W6 Die Katze ist schon wieder weg Die Katze ist Äh Wann hat sie die denn geholt? Zum letzten Livestream War die schon weg Aber sie hat's überlegt Alex hat gesagt Ich hab sie viel zu sehr verwöhnt Die hat die ersten zwei Tage Nicht alleine essen wollen Weil ich ja immer Gesellschaft geleistet habe Ja, du weißt ja Man muss Für die kleinen Katzenfrauen Muss man schon mal da sein Ähm So Thema heute wird sein Erkenntnis vom Mumpelacker Das kann man so sagen Also das Video wird glaube ich auch einfach nur Der Mumpelacker heißen Das war so krank beim Sebastian Wirklich Und ähm Ich hab euch ja schon seit ein paar Wochen Immer wieder erzählt Dass ich mir die RC abgewöhne Einfach weil Ich nur hören will Also darum geht's heute Ähm Ich zeig euch was ich so gemacht hab Und wie ich das generell handhabe Hast du den Crazy Detectors Button Vom T-Shirt Als Aufbilder? Das ist ja fest Ein Kilo mehr auf Katze Das kommt hin, Willi Also ich würde nicht Also sie war sehr Erstaunt Wie viel die Katze gegessen hat Ja da kommt der Günther schon wieder um die Ecke Günther Äh Gregor Du kommst nicht in meine Nähe Weil du willst mir schon wieder den Dios 1 anschleppen Damit ich ein Dios 1 Sniffer Programm mach Ich weiß das Ich weiß das Ich hab nichts verkauft jetzt bestimmt auf einem anderen Kanal Autogrammkarten Und verdient sich jetzt eine goldene Nase Ah Das ist immer voll blöd irgendwie Ich mag das eigentlich gar nicht Und alle die mich kennen wissen das Ich bin einfach ein stinknormaler Alter inzwischen Ey guck mal Ich mach die Scheiße seit 10 Jahren auf YouTube oder 9 Ein alter Mann Der einfach sonnen geht Mehr mach ich doch nicht Da ist nichts besonders dran Null Null Äh Hab das Sniffer am Wochenende getestet Mir gefällt Edge in 2 Ton und niedriger Reaktivität Reaktionszeit besser Ist er geschmackssache Äh Warte welches hattest du? Das Sniffer Das Sniffer kannst du ja auch auf 1,5 laufen Und die Töne kann man immer anpassen Es geht ja um das Grundverhalten Ne Wah Läuft noch einer von euch ein Dios 1 Und will das Sniffer auf dem Dios 1 haben Ne Ne Sag mal Schreibt mal alle Nein rein Ich hab jetzt ein Programm für den ORX gemacht Obwohl du da eigentlich gar nichts einstellen kannst Äh Warten wir also mal Also es soll heute um die Lauscher gehen Und Dann reiße ich vielleicht noch mal kurz mal ein neues Legend Programm an Graubis geworden Ja logisch Aber das ist schon seit 5 Jahren so Doch du bist besonders Besonders dick Besonders doof Gut aussehen Charmant Das Schöne ist einfach wenn ich immer höre ich bin geblieben wie ich war ORX teste ich gerne Stefan Jo kann ich dir mal durchschicken Siehste You Zombie Die habe ich schon lange nicht mehr gelesen hier Siehste Sniffer läuft auf dem W6 Sehr schön Ähm Dann reiße ich kurz mein neues Programm für den Legend an Ich sag da jetzt Ich halte mich Ich muss mich da gerade echt zurückhalten Wir können auch mal über das Thema Legend Update generell sprechen Ähm Ist ja jetzt gerade echt so ein Highbanker Also das Update ist eins der Updates wo alle steil gehen Nicht weil es cool ist Und Aber können wir gleich machen Ja Na Das habe ich mit The Rock zu tun Ich meine Ne Aber Sonst nichts Nein Ich sehe das alles locker Ich freue mich wenn ich Leuten helfen kann Dass die ihre Geräte verstehen Mehr nicht Ich habe das in dem Video was jetzt kommt Habe ich das auch gesagt Das war Sonntag Und ich habe gesagt jetzt gibt es mal das Wort zum Sonntag Letztendlich Wenn ich jetzt auch noch das Display wegnehe Ich zeige euch jetzt erstmal was ich gemacht habe Damit ich jetzt wenn ich jetzt weiter labere dass ihr das versteht Also Das war mein Setup Super kleine Popelspule Stefan hat es wieder nicht nach Da Äh XL Gestänge drauf Weil ich ja eigentlich mit der großen laufen wollte Dann habe ich überlegt Hm Ich will eigentlich mal gucken Wie schlägt sich das Sniffer auf der Minispule Also auf der 22er Und Da seht ihr es Ich hoffe ich kann man das sehen Wenn ich das nicht ran halte Da hin Warte So Na So Ich kann meine RC hier gar nicht mehr festmachen Ich habe das nämlich modifiziert Also RC geht nicht mehr hier dran Guck mal Das ist auch geil ne Hier Crazy Detectors Das war also mein Setup Dann hatte ich den XP Rucksack auf Und hatte Wo ist die Fernbedienung Die Fernbedienung hatte ich dann hier oben dran Wie so ein Walkie Talkie Und Eigentlich war ich mit dem Setup Zufrieden Obwohl ich Echt gerne die 28er Spule gehabt hätte Wegen der Flächenabdeckung Aber ich glaube Wichtiger Am Sonntag wäre gewesen Kopfhörer Junge Das hat Gefiffen Echt Teilweise hat es dir wirklich die Töne weggetragen Und wenn ich die RC unten am Deus gehabt hätte Ich garantiere Ich wäre einiges überlaufen Weil ich es einfach nicht gehört habe Wahnsinn Stell dich nicht so an Andere bekommen mit dem Biest eine Salatschlüssel Auf den Meter rein Ich kann Ich kann es euch nicht zeigen Sonst muss ich mich hinstellen heute Ich wollte das ja eigentlich erst machen Aber das mache ich nachher Ich kann das Ding auch Auf über 1,20 Meter finden Ist jetzt auch nicht so besonders Das Thema Update machen wir nachher noch Du bist Du bist Der Kiesel Ich gebe dir gleich Freundchen Sag mal Wie redest du denn mit mir Ein bisschen Ein bisschen Anstand Respekt vorm Alter Das ist ja unverschämt hier So Super geil ohne RC Da scheiden sich die Geister Und Das muss ich wirklich sagen Da waren die Franzosen aber fleißig Nur aufgehör laufen Ja Ich habe euch das ja schon immer gesagt Und jetzt passt auf Wir können ja schon mal anfangen Mit dem Thema Es ist ja erst viertel nach Das ist Wenn ich mich mit Leuten unterhalte Die mehr Ahnung haben Wie ich Die länger laufen Und ich weiß Das ist fundiertes Wissen Weil ich habe euch ja schon immer gesagt Selbst wenn er 120 Jahre lang läuft Heißt das nicht Dass der Ahnung hat Wenn er nur einmal im Jahr draußen war Oder einmal im Monat Und Die Spule falsch rum dran hat Dann bringt uns das Wissen auch nichts Und Wenn ich mich aber mit Leuten unterhalte Und ich weiß Das ist fundiertes Wissen Und das bestätigt eigentlich auch das Was ich die ganze Zeit predige Aber nicht mache Dann gewöhne ich es mir an Das umzusetzen Denn letztendlich habe ich euch ja Immer schon gesagt Leitwerte sind Indikatoren Und es ist scheißegal Sonntag wäre es vielleicht Von Nutzen gewesen Weil ich ja wirklich Drei Milliarden Mumpeln hatte Meine Fresse Diese Musketenkugeln Die knallen Ja wie sonst was Da wäre es wahrscheinlich gut gewesen Und Leitwert ist auch gut Wenn ich zum Beispiel Im Park bin Und es eilig habe Ich also nur Die Münzen will Dann ist das okay Weil dann weiß ich 10, 20, 50 1 Euro, 2 Euro Liegen immer in dem Bereich Zack Das ist sehr wahrscheinlich Dass das dann wieder Das sein wird Sieht wieder anders aus Wenn da ein Silberring liegt Oder halt ein Flaschendeckel Dann ist wieder unterschiedlich Sonntag ist Sonnertag Genau So war das Das klang halt cool Ja sowas freches The Kiesel Nicht The Rock The Kiesel So Ganz kurz Aber bei der 28x34 Finde ich das Standardgestänge Sehr wabberlich In deinem Shop fehlt An Carbongestänge Dafür Falsch Die neuen Deos Oder die neuen Spulen Haben Soweit ich weiß Das Carbongestänge dran Aber Was wirklich hilft Ist nicht neues Gestänge Also Nicht das Untergestänge Sondern das Mittelgestänge Der Basti aus der Schweiz Der hat auch gesagt Ja Bist du sicher Und ich sag Ich bin hundertprozentig sicher Das ist länger Ich glaube So ein Stück So Bei uns Ist das ja immer So eine Sache Das verhindert Definitiv Das Nachschwenken Das kommt ja natürlich Auch drauf an Wie schnell du schwenkst Mit der großen Also ich hab da generell Eher weniger das Problem Aber Damit kriegst du das Zu hundertprozent raus Sehr sehr geil Umbau hab ich sogar Schon gefilmt Ich weiß gar nicht Ob das schon veröffentlicht wurde Wie man es umbaut Hab ich euch auch schon gemacht Als Short Moin Magneto Und Liebe Grüße nach Berlin Ich mache das oft so Dass ich wenn ich ein Gebiet Nicht kenne Erstmal alles kabe Um zu wissen Was da überhaupt kommen kann Welche Zeit Was Achso Welches Alter Ich will gar nicht wissen Wie viele Praktiaten Überlaufen werden Das ist nämlich so ein Thema So Und jetzt bin ich Also Und wie ihr wisst Ich bin immer sehr Ich bin immer sehr leicht abdenkbar Und mit dem Setup Bin ich also losgestratzt Und hab jetzt einfach mal Geguckt Prozentual Wir hatten Andreas dabei Mit dem Manticore Wir hatten den Sebastian dabei Mit der 28er Spule Und dem Sniffer Und Kopfhörer Die Die mir gefehlt haben Und Dann sind wir einfach los Und ich Ich wollte einfach mal gucken Kann man Das Suchfeld Also Die Flächenabdeckung Kompensieren Indem man schneller Aber dafür gezielter ist Weil natürlich ist es so Wenn du nur so ein kleines Ding hast Bist du natürlich schneller In der In der Ort hoch Soweit ich muss immer gucken Kommt halt rein wie alu Wenn du aber weißt Das Mittelaltergebiet ist Musst halt immer buddeln Genau So Und dann also losgelegt Und dann ging das ja los Eine Mumpel nach der anderen Eine Mumpel nach der anderen Burgi Grüße aus Berlin Schöne Grüße zurück Das heißt Ich hau euch mal kurz einen Clip rein Also ich hab drei Stück vorbereitet Da können wir uns mal den ersten angucken Und zwar ist es ja so Dass ich einmal geschummelt hab Und dann sogar voll Fallschlag Das Snifferprogramm beruht ja auf vier Tönen Im großen Also einen relativ breiten Eisenbereich Einen kleinen Durchblutungsbereich Einen riesengute Fundebereich Und einen Bereich mit den hohen Tönen Ist ja extra so gewollt Und jetzt machen wir einmal den Lernton an Ah das geht natürlich auch Goldmask Carbon Gestänge machen auch viel Die sind auch ewig schon am Markt Diese ollen Carbon Dinger So pass auf Also erstmal gucken wir uns den Lernton an Lernen jetzt etwas Das ist mal ein Lernton Hier klingt er gut Und hier nach Eisen Aber ich glaube es sind einfach zwei verschiedene Ziele Hier ist das Eisen noch Und hier ist hoffentlich was Schickes Ich hoffe es Das da Hier Da Münze Eine kleine Münze Also wir haben gesehen Mischton Mit der kleinen Spule Die bessere Trennung einfach Und das gemeine war ja Es war ja in die Länge gezogen Also mit der Mit der 28 oder mit der 28 mal 34 Hättest du ja beide Signale runter gehabt Und also Ich habe gehört Ist irgendwie scheiße Aber ist auch wieder gut Nicht mit Spitzhacke Nee So Und im Normalfall wäre es jetzt wieder so gewesen Also beim Normalo Der nimmt sich jetzt seine XY-Achse Uh Da dreht sich was Und läuft weiter Oder der sagt Nee Das ist großes Eisen Weil ich höre das Knacken da dran Und das ist immer das Problem Was ich sage Wir lassen uns durch solche Sachen Viel zu sehr ablenken Und beeinflussen Und dieses Nur nach Gehör laufen Kommt zu einem ganz wichtigen Punkt Das erkläre ich aber nachher Es war Es klingt dämlich Aber es war wirklich so Und dann habe ich begriffen Was die Jungs aus Frankreich meinten Ne Also ihr habt gesehen Schrott und Münze Übrigens musste ich dem Andreas Erstmal zeigen Dass eine Münze Die hochkant liegt Nicht rund auf dem Mantikor ist Ne Schöne Grüße geht raus Andreas Werte gewonnen So Das heißt also Kleine Spule Gute Trennung Stefan hat richtig reagiert Einfach gegratet So Und Was haben wir denn noch hier Jetzt muss ich erstmal gucken Nicht, dass ich hier was Falsches Aber Exakt Boris sagt es Sound ist alles Und deswegen Ist es bei mir auch immer so scheiße wichtig Dass die Töne passen Ich weiß Manche sagen immer Okay Edge mag ich lieber Das Edge Programm Ist ja bei mir Die schreiende Ehefrau Die nachts auf dich wartet Wenn du betrunken nach Hause kommst Also die Böll kriege ich rum Und das hat ja auch Die Aufgabe Das Edge Programm Ist ja nicht besonders tief In den Einstellungen So wie ich es habe Sondern es ist ja Für Die Die Materialerkennung In verschrotteten Böden Das heißt Wenn dort was liegt Dann willst du das auch hören Und deswegen schreit dich das dann an Dass es da ist Und das Sniffer Zum Beispiel Ist ja eher für freie Äcker Also wo ich nicht alle Zwei Zentimeter Was liegen habe Sondern vielleicht 10, 15, 20 Zentimeter Zwischen den Funden Platz ab Und dann aber richtig tief Sebastian hat gesagt Das ist so geil Alleine mit Kopfhörern Diese ganz leisen Signale zu graben Und ihr seht das nachher auch Also man kann das ja wirklich Auch belegen Von der Funddichte her Deos 2 Update hat geklackt Hab jetzt deutsches Menü Dank dir Jawohl Wie gesagt Den Fehler hatte ich auch Bei mir damals Dass ich das Englisch Nicht runtergekriegt habe Und als ich mich dann An das Deutsche gewöhnt habe Dann sitzt du bei den Franzosen Und überlegst drei Stunden lang Wie dieser eine Begriff hieß Auf Englisch Borki letztendlich Ist das bei allen Geräten Also bei den meisten Jetzt gerade sprechen wir Vom Deos 2 Siehste Und Georgie sagt es hier Der Manticore ist auch nur eine Maschine Es nutzt nichts Wenn ich ihn nicht kenne Genau Ich habe ja schon immer gesagt Der Manticore ist schön Auch die Anzeige ist schön Wie gesagt Ich kann gezielt nach runden Sachen suchen Ich kann Musketenkugel super erkennen Weil sie ja rund sind Egal wie sie liegt Die ist immer rund Aber es ist halt nur ein Indikator Und auch ein Draht ist länglich Und auch eine Münze von oben Ist länglich Und nach wie vor Bin ich der Meinung Dass ich die 2D Anzeige Beim CTX 3030 besser fand Ist aber immer Ansichtssache Hast du eine Kamera GoPro Empfehlung Ich bin immer GoPro gelaufen GoPro 8 ist super GoPro 10 ist super Was ich jetzt für den Acker habe Was ich echt nicht mag Ist die Insta Ace Pro Die macht hammergeile Aufnahmen Aber sobald du was hochhebst Das seht ihr auch gleich beim nächsten Video Ist alles unscharf Also mega nervig Das ist echt so Keine Ahnung Die macht wirklich schöne Schöne Aufnahmen Aber sobald du es anhebst Der Nahfokus ist einfach viel zu weit weg So Ich glaube Als ich den Dios neu hatte Habe ich es auch gegraben Heute glaube ich nicht mehr Aber man sieht Und man soll es nicht Nee Du kannst dich nicht Aufs Display verlassen Mikabo Und das habe ich Auf meinen Rallys Immer gezeigt Ich habe immer 10 Töpfe hingestellt Mit verschiedenen Materialien Mit einem Goldring Mit einem Nagel durch Zum Beispiel Der kann nicht gut reinkommen Ohne Knacken Das funktioniert nicht Der Leitwert kann nicht nur gut sein Wenn zwei Materialien nebeneinander liegen Das geht physikalisch nicht Und deswegen ist das nur ein Indikator Was Stefan Bist du zu spät gekommen heute Ähm Genau Es ist einfach so Man muss es zu Nutzen wissen Und deswegen sage ich ja Für mich war es schon immer Das war auch beim AT Pro Der Key Faktor für mich damals Warum ich dieses Gerät so geliebt habe Der Ton Der Ton macht die Musik Und gerade bei unserem Hobby Ist es wirklich so Und ich konnte dir beim AT Pro sagen Das liegt tief Das liegt hoch Das sind zwei Objekte Die übereinander liegen Das Eisen liegt drunter Und das andere liegt halt höher Das hier hörst du lauter wie das Und so weiter Und das ist halt Erfahrung Die dann später mit rein spielt Und deswegen ganz ganz wichtig Boris Das ORX Programm Ist jetzt nichts weltbewegendes Du kannst ja kaum was einstellen An dem Ding Du kannst ja noch nicht mal Einen Tonbreak einstellen Also Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft Aber können wir mal drüber schnacken Dass ich dir das mal schicke Boah halbe Stunde schon wieder Ja moin Sachsen-Sondler Da kommt ja der Richtige hier gerade wieder Exakt so Der B sagt es auch Und das ist das Was wir eigentlich verlernt haben Leider Gottes Diese Wahrnehmung Und dazu komme ich gleich noch Bringst du eigentlich noch ein Spielplatzprogramm Für den Deus 2 oder generell jetzt Eigentlich kannst du für den Deus 2 Das Edge Programm auf dem Spielplatz Perfekt laufen So Pass auf Ich nagel euch mal Was war denn jetzt Überhaupt Warte mal Ich muss mal ganz kurz Ah Ich muss dir mal ganz kurz Illern Welches Video ist Gerhard Kann ich nicht unbedingt unterschreiben Ich glaube das kommt einfach eher Auf die Umgebung drauf an Wir haben das auch gehabt Auf dem Acker vom Sebastian Es war so Dass du durch die Bodenmineralisierung Die da warst Nicht Also ich sag ja beim Snifferprogramm immer Zwischen Max 14 Und Max Was ist das 24 21 Ich glaube 24 Es gibt ja nur diese beiden Optionen Ich sag dann immer Musst du ausprobieren Und tatsächlich war es so Dass auf Max 24 Kilohertz Die Die Töne etwas Schlieriger waren Und sobald du aber runter bist Auf die tieferen Frequenzen War Ruhe Die Signale sind wie Glas reingekommen Ah genau Max 24 Siehst du Unkreative Name sagt es genau Gleichwerte sind für den Arsch Ja Also wer den Versa Beherrscht Der Braucht nichts anderes Das ist so Der Versa ist exakt wie der Dios 2 Da kommen auch genau die gleichen Programme noch Das dauert halt alles ein bisschen Aber Da ist alles dran Ich hab Patrick mal Ein paar Programme geschickt Von Dios 2 Und der guckt mal Wie man das auf dem Dios 1 umsetzt Und dann vergleichen wir nochmal Also damit ihr für den Dios 1 auch nochmal was kriegt Weil ihr schimpft ja immer ständig Also ich zeige euch jetzt nochmal Und dann siehst du auch das mit der Kamera Was ich meine Hört den nächsten Clip Gut mal wie schön die Aufnahmen sind Da hört man wieder was Schönes Wie gesagt Wird wahrscheinlich schon wieder eine Muskete sein Und wir gucken ja nicht auf die Leitwerte Ändert ja nichts Selbst wenn ich jetzt sehen würde Es ist schon wieder 85 oder so Obwohl wir können ja mal drauf gucken Wir können ja mal gucken Oh 96 sogar 96 Das könnte mal ein Kreuzer sein Kreuzer Wenn es nach mir geht gerne Sieht irgendwer Das ist keiner oder Ne Sieht einer irgendwas Ja Kreuzer Sehr schön Es ist scheißegal was für eine Nummer dran steht Man gibt es doch eh Sehr geil So ist es Gegraben hätte ich es ja so oder so Aber Ich komme mal zu der Quintessenz Leitwerte für Münzen auf dem Spielplatz Okay Den Rest muss man schauen Was das immer ist Exakt Sag ich auch Wenn ich auf dem Spielplatz bin Oder im Freibad bin Ich habe nicht viel Zeit Ich will einfach nur die Münzen Und den großen Schmuck Dann gräbst du nur die Clansignale Wenn du aber die ganzen Kettchen haben willst Die Kreolen die offen sind Dann kommst du auch nicht drum herum Den Scheiß zu graben Und ich würde auch Ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen Und sagen Dass es teilweise Schuld der Hersteller ist Und Schuld der Läufer heutzutage Weil wenn wir zurück überlegen Gab es ja Geräte Die kleine Ketten finden konnten C-Scope war richtig gut darin Wides war richtig gut darin Am Strand die Ketten zu sehen Und ich glaube das Problem ist Heute einfach Dass die Leute einfach Die wollen dass das Gerät einfach nur ruhig ist Das soll gar nichts sagen Es soll nur piepsen Wenn auch wirklich was ist Und am besten nur piepsen Wenn was Gutes ist Ansonsten soll es die Schnauze halten Und das heißt Also der Hersteller ist in dem Zwang Die ganzen Filter einfach zuzumachen Alles zuzudrehen Grundrauschen rauszunehmen Damit ja Ruhe ist Weißt du Und ich glaube das liegt einfach daran Dass wir zu verwöhnt sind inzwischen Ich glaube meine Geräte ja so Dass ich immer so ein bisschen Durchwabern höre Einfach damit ich ein bisschen Mehr Infos über den Boden kriege Also ich mag das ja Wenn ich was höre Aber ich glaube das liegt einfach daran Die Filter sind heutzutage So zugeballert Weil sonst heißt es wieder Ja aber der Leitwert ist gesprungen Ja aber der Ton Ah ich weiß ja auch nicht Der war so leise Der muss ja lauter sein Und oh ja der macht so viele Nebengeräusche Was ist denn das Ja das ist Boden Das sind Rückkopplungen So das kann ja alles sein Und ich glaube einfach Dass es damit zu tun hat Ich merke das ja auch immer Mit Kundenanfragen und so weiter Also viele denken einfach Der Detektor hält einfach die Schnauze Bis was Gutes kommt Und am besten nur Gold Und dann sagt er was Also ihr könnt ja gerne mal reinschreiben Ob ich da absolut falsch liege So Trashy sagt es auch Einfach ausgraben So und ich möchte jetzt einmal Ich zeige euch erst das Ergebnis Boah hier fällt doch gleich irgendwas runter Genau Also meine Programme Basieren eigentlich auch Meistens auf offen Es sei denn So wie jetzt das neue ORX Programm Das ist relativ zu Weil das ist eher so Für Spielplatz und so weiter Ja der Nacker ist eklig Alter Ich würde wetten Ich würde wetten Da kommt noch was Goldenes Irgendwann Musst mich nur wieder mitnehmen Bitte Und diesmal nehme ich Kopfhörer mit Also wir halten fest Bevor ich das Ergebnis zeige Weil das kennt ihr ja noch gar nicht Und ihr könnt euch dann das Video Trotzdem noch angucken Die Tage auch wenn es rauskommt Vor allen Dingen Ich habe ja das Wort zum Sonntag gemacht Und das Wort zum Sonntag war dann auch So nach dem Motto Ich hoffe dass ihr meine Videos noch gerne guckt Also auf Sondelsüchtig Weil ich ja einfach nur rumlaufe Und zeige wie das Hobby ist Bei mir findet ihr kein Clickbait Bei mir findet ihr nichts Gefaktes Bei mir ist es einfach so wie es ist Wenn Scheiße kommt Kommt Scheiße Wenn es die 50. Mosketenkugel ist Ja mein Gott Dann ist es das halt Und jetzt seht ihr noch nicht mehr mehr Display Weil das Display ja weg ist Also zumindest wenn ich in Deus laufe Und ich hoffe ja trotzdem Dass das noch interessant für euch ist Weil mein Ansatz für die Videos War ja immer Euch beim Laufen die Gerede zu erklären Und nichts anderes Also das ist keine Bestätigung für mich Das ist Ja ich mache das gerne Guckt mal der Sascha schreibt auch Und das ist für mich halt wichtig Ja Guckt es euch an Lernt einfach Und lernt wie das Hobby ist Und ich finde es so traurig Und das habe ich in dem Video auch gesagt Alle neun die anfangen mit YouTube Und YouTube ist ja kein Verbrechen YouTube macht Spaß Man kann ja mit Leuten kommunizieren Guckt mal Wir sitzen hier abends Es ist halb neun Und wir schnacken Aber heute habe ich das Gefühl Es ist alles nur noch Clickbait Ganz viele kaufen Und vergessen Dass man das sehen kann Auf Social Blade zum Beispiel Ich weiß wer Sachen kauft Dann nur noch WW2 Nur noch Hakenkreuze Nur noch Granaten Nur noch Nazi-Stellung Flack Was weiß ich Weil es Klicks bringt Aber das ist doch nicht Der Großteil vom Hobby Das finde ich so schade Einfach Also das stellt uns immer Ins voll falsche Licht Wollte ich nur mal sagen Einfach Ja Ist so Ist so Und wir kommen auch gleich noch mal Zu dem Thema mit dem Mit dem Legend Da ist exakt das gleiche Fernbedienung, Abdeckung Und nun mal auf Ton laufen ORX-Fernbedienung Ist bei mir in der Brusttasche Exakt Ich glaube auch eigentlich alles Bis auf klare Eisen-Signale Genau Eisen kann ein bisschen tricky sein Wenn es groß ist Und wenn die Frequenzen nicht reichen Oder wir machen uns nichts vor Wir graben sowieso auf dem Acker Beim Deus alles ab 45 Ja Ist halt so Und das Ich komme gleich zur Quintessenz Ich will das jetzt noch nicht aussprechen So Aber für mich Als Master 9 Ich glaube jedes Alublech Ist auch richtig so Ich muss aber noch viel lernen Wobei beim Gauss Den kenne ich ja halt auswendig Naja Bianca Ich habe dir gesagt Mach dir das Sniffer drauf Und lern das Ding einfach Du wirst ihn lieben Der 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 gibt dir alles Was du brauchst Äh Ist der Oh dieses Da ist immer das solle Herz Vor diesem Text hier Das kann ich auch nicht wegmachen Ist der Deus 2 Funk WSA 2 XL Mit dem XP Deus 2 WSX Master Kompatibel Jupp Ist es Äh Magneto Du darfst nicht vergessen Dass die Leitwerte Komplett anders sind Bei dir Ja Oh das ist cool Georgie Das ist gut Ja Eisen kann interessant sein Wenn ich natürlich merke Ich bin auf einer Mittelaltersiedlung Dann grabe ich auch Eisen Wegen Armbrustbolzen Aber solange da nichts kommt Was dafür spricht Grabe ich das Eisen Bestimmt nicht aus Ja So So Passt auf Also Ich zeige euch jetzt erst mal Das Endergebnis Nochmal Für die Die nicht da waren Ohne RC Minispule Wind von 350 kmh Und Ich bin angetreten Gegen den Sachsensondler Mit seinem Lieblingsprogramm Sniffer Mit der 28er Spule Mit Kopfhörer Das Das nehme ich ihm voll krumm Und Gegen den Manticore Das müsste Wie groß war die Spule Sebastian Das war auch ungefähr 28 Oder war es ein 30er Ne Das H sitzt Achso So Ne 400 kmh Ich zeige euch jetzt das Ergebnis Und ich habe am Anfang gedacht Ich bin echt Unter Unter Wie heißt das Nicht unterbelichtet Wollte ich schon fast sagen Unter Motorisiert Für diese Fläche Okay Also 2 x 28 Moin Anna So Also Hier das Ergebnis Leise sein Geht los So Das hier Ist Manticore Also das Andreas Richtig schönes Glöckchen Leider kaputt Münzen Alles mögliche Kreuzer Wieder schön ein paar dabei Ornamentverzierung Ein paar Mosketen Sogar solche hier So eierförmige Dann Schrott von Andreas Mein Schrott Also sehr sehr ähnlich Ja Da ist der Das ist der Mumpelhaufen hier Aber das macht ja nichts Warte mal So Also Mein Highlight Ist tatsächlich Dieser Knopf Den finde ich Extrems geil Dann auch Ein paar Kreuzer sind Gekommen War noch Irgendwas Mega Achso Hier Warte mal Wo ist die Wo ist die Wo ist die Wo ist die Da Eine Mosketenkugel Die bearbeitet Wurde Auch Ziemlich Cool Ja Ansonsten Sehr sehr viel Und ihr seht auch Sehr Kleinteile Hier so Pistolenkugeln Und so Und Sebastian Seine Mosketenkugeln Sind alle In der Tasche Schon Der hat heute mal Richtig abgeräumt Mit dem Sniffer Der hat heute mehr Knüppel und mehr Münzen gehabt Obwohl wenn man Achso Warte mal Du hast doch die Silberne irgendwo Noch gehabt Ne Da Stimmt Eine Silberne Eine Silberne Kam noch Sehr cool Also Däumchen hoch Was ist noch Achso Den Heiligenanhänger Ja Warte So Sehr gut Ich sag euch Wenn ich das Bild sehe Kriege ich wieder Schlagseite Ey Meine Fresse Diese Musketenkugel Ne Ja Sebastian Erklär nochmal Was da war Ich glaube die haben da Gelagert Eine ganze Zeit lang Also Wahnsinnige Ausbeute Und ihr seht Fundtechnisch Von Anzahl der Funden Also Sebastian Hat auch ungefähr 20 Mumpeln Fund Anzahl Technisch War ich Besser Weil meine Beiden Trollos Nämlich Die Musketenkugel Die irgendwann Liegen gelassen haben Weil sie Kein Bock mehr Hatten Also nicht jede Aber viele Und auch Andreas Auch beim Schrott Manticore Deus 2 Auch obwohl Ich nichts Gesehen hab Habe ich Weniger Schrott Drauf gehabt Also das Wollen wir Ja mal Festhalten Es Funktioniert Also Man kann Ohne Display Nur nach Gehör Laufen Einfach Alles Mitnehmen Also ich glaube Wäre das Bei Alexandra Auf dem Acker gewesen Meine Fresse Da hätte ich Wahrscheinlich Ein Aluhandel Aufmachen Können Aber Deswegen Ist das Ne Feier Extra Mit Den Hohen Tönen Und ich Kriege Ja nur Bei Sebastian Nur Bei Sebastian Auf den Feldern Kriege Ich Alles So 90er 93 Die Kreuzereien Und Die Habe Ich Bei Mir Nicht Das Heißt Wenn Ich Die Hohen Töne Hab Weiß Ich Eigentlich Immer Dass Alu Außer Sebastian Auf den Vier Stunden Das War Einiges An Arbeit Hat Aber Spaß Gemommen Und Jetzt Möchte Ich Jetzt Möchte Ich Zu Dem Punkt Kommen Der Für Mich Der Wichtigste Ist Ich Weiß Dass Der Ton Die Musik Macht Das Predige Ich Seit Jahren Und Ich Weiß Dass Leitwerte Indikatoren Sind Und Ich Weiß Dass Man Sich Darauf Nicht Verlassen Kann Und Natürlich Hab Ich Immer Wenn Ich Unterwegs War Das Display Drauf Gab Damit Ich Euch Immer Zeigen Kann Und Dann Fängst Du Nämlich An Zumutmaßen Das Könnte Das Und Das Und Das Sein Natürlich Wenn Du Jetzt Beispiel In 86 Hast Und Du Hast Die 50 Mosketenkugel Ist Die Chance Sehr Hoch Dass Du Recht Hast Dass Es Wieder Eine Mosketenkugel Ist Aber Es Kann Auch Anderes Sein Und Wenn Du 93 Hast Bei Und Du Fängst An Also Zumindest Ist Das Bei Mir Immer So Gewesen Du Malst Dir Im Kopf Aus Das Könnte Jetzt Wieder Das Sein Also Du Hast Eine Erwartungshaltung Das Ist Ja Genauso Wie Im Freibad Wenn Du Weißt 52 Life Könnte Goldring Sein Und Dann Wirst Du Innerlich Enttäuscht Ich Mach Das Seit Über 12 Jahren Oder 11 12 Jahren Und Trotzdem Hast Du Obwohl Die Beiden Mich Gemobbt Haben Auf dem Feld Wegen Meiner Kleinspule Und Wegen Den Vielen Mumpeln Bin Ich Nachher Die Letzten 2 Stunden Nachdem Es Gemacht Hat Total Entspannt Gelaufen Weil Es Mir Scheißegal War Weil Ich Einfach Wusste Es Klingelt Ich Muss Graben Und Nicht Es Ist Ein 84 Es Könnte Was Gutes sein Es Könnte Eine Musketenkugel Oder Blech Oder Zinkblech Oder Eine Münze Ich Wusste Es Einfach Nicht Ich Wusste In Welchen Bereich Ich Mich Befinde Weil So Lege Ich Meine Programme An Eisen Durchblutungsbereich Großer Fundbereich Wo Das Meiste Kommt Wie Sebastian Seine Ecker Sind Eine Ausnahme Mit Den Hohen Leitwerten Von 93 Die Habe Ich Eigentlich Nur Bei Aluminium Auf Den Anderen Flächen Das Heißt Ich Weiß Tonal Exakt In Welchen Bereich Ich Mich Befinde Und Das War Irgendwie Mega Entspann Klingt Doof Klingt Total Doof Eigentlich Du Gräbst So Viele Löcher Und Es Ist Entspannt Gewesen Es War Richtig Geil Hat Mir Mega Gefallen Also Ich Werd Das Nur So Machen Ob Euch Das Gefällt Dass Ihr Nur Töne Hört Und Mich Labern Hört Und Die Ergebnisse Seht Ich Wunderbar Funktioniert Wirklich Weil Du Guckst Ehr Nochmal Nach Du Machst Ehr Nochmal Einen Kreuz Schwenk Und Schaust Lieber Nochmal Nach Ich Habe Einen Kunden gehabt Der Hatte Gerade Frisch Den Deus 2 Gerade Frisch Das Sniffer Drauf Geknallt Und Dann Schickt Er Mir Ein paar Fragen Alles Gut Habe Ich Beantwortet Weil Neues Gerät Ich Weiß Kunde Ist Unerfahren Und Sprachnachricht Schickt Junge In Welchem Programm Siehst Du Dass Ich Die XY Achse Laufe In Gar Kein Und Das Zu Grund Weil Du Einfach Da Drauf Guckst Und Dann Ist Ein Bisschen Wackelig In Irgende Richtung Oder Irgendwo Liegt Was Daneben Und Dann Gräbst Du Die Scheiße Einfach Nicht Und Du Hast Ja Noch Keine Erfahrung Das Unterscheiden Zu Können So Wie Wir Nach Zehn Jahren Oder Sollten Es Zumindest Können Aber Noch Nicht Wenn Du Gerade Anfängst Und Dann Fängst Du An Mit Dieser XY Achse Noch Zu Gucken Also Da Ich Gleich Geschöpft Deswegen So Was Ist Hier Mit Das Ist Entspannter Ich Kann Das Nicht Erklären Ich Ich Hab Irgendwann Stand Ich Da Und Hab Gesagt Irgendwas Ist Anders Irgendwas Ist Einfach Anders Weil Du Einfach In Diese Flow Reinkommst Einfach Nur Noch Graben Gar Nicht Drüber Nachdenken Was Kann Das Sein Klar Wenn Du Jetzt Signale Hast Die Komisch Klingen Gehst Du Noch Mal Ran Aber Dann Ist Nicht Die Frage Ist Das Jetzt Irgendwie Was Interessantes Sondern Einfach Kriege Ich Besser Raus Gehört Also Kann Ich Besser Unterscheiden Ist Das Jetzt Masking Problem Oder Was Ist Da Los Irgendwie Geil Also Hat Mir Echt Gut Gefallen Jensen Und Das Ist Das Was Ich Immer Sage Kann Du Dich Noch Erinnern Dass Ich Immer Gesagt Hab Es Gibt Drei Arten Von Suchern Es Gibt Den Anfänger Der Gibt Einfach Alles Weil Der Keine Ahnung Hat Der Der Weiß Das Einfach Nicht Besser Es Bemillt Der Gräbt Dann Gibt Es Nummer Zwei Nummer Zwei Ist Der Der Denkt Dass Er Weiß Wie Es Funktioniert Er Weiß Wie Folie Klingt Er Weiß Wie Aluminium Klingt Und Er Weiß Hundertprozentig Was Er Nicht Graben Muss Der Findet Viel Weniger Wie Nummer Eins Und Nummer Drei Ist Das Wo Wir Eigentlich Seien Sollten Oder Sind Und Das Ist Eine Findungsphase Die Wie Das Sniffer Wo Ganz Leise Töne Aufkommen Für Die Super Tiefen Sachen Du Gräbst Das Einfach Wenn Er Was Sagt Dann Ist Da Was Und Dann Will Ich Lieber Nach Gucken Ob Ich Jedes Mal Aluminium Grabe Wenn Der Acker Voll Aluminium Ist Das Ist Eine Andere Entscheidung Die Treffe Ob Ich Jedes Signal Im Park Oder Freibad Grabe Ist Eine Andere Entscheidung Aber Und Ich Bin Einfach Der Meinung Dass Du Wesentlich Fokussierter Bist Wenn Du Es Nicht Tust Ach Krass Guck mal Bei Gerhard Auch Ich Habe Hier Echt Keine Keine Über 90 Genau Legend Ist Ja Gerade Sehr Eng Gestrickt Da Ist Das Ja Schlimmer Das Ist Wie Beim Equinox 600 Und 800 Deswegen Mochte Ich Die Ja Gar Nicht Mit Minus 9 Bis 40 Du Kann Nach Ton Laufen Gar Kein Problem Aber Wenn Du Im Park Bist Und Selber Entscheiden Willst Was Du Gräbst Dann Wird Es Schwer Bei Den Okay Ich Ich Alles Außer Eisen Davon Kriege Ich Auch So Ja Exakt Sonne Frosch Und Das Ist Mir Erst So Richtig Bewusst Geworden Ich Predige Das Seit Jahren Und Ich Halte Mich Ja dran Wenn Es Interessant Klingt Egal Ob Ja Ist So Ich Sag Euch Das So 48 Pass Auf Ich Möchte Noch Mal Ganz Kurz In Ein Anderes Thema Rein Und Zwar Ich Glaube Das Wird Immer So Ein Bisschen Missverstanden Gerade Wir Hatten Ja Ich Habe Das Video Zum Legend Update Gemacht Dass Das Update Draußen Ist Und Was Es Bringen Soll Und Ihr Wisst Und Das Habe Ich Auch Im Letzten Livestream Gesagt Meine Meinung Dazu Und Sie Oder Einige Haben Geschrieben Ja Stefan Wir Verstehen Gar Nicht Wo Der Hate Her Kommt So Generell Im Internet Und Es Ist Kein Hate Der Gerade Ist Sondern Wir Haben Update Gekriegt Und Nocta Hatte Auch Einen Post Gemacht Wo Sie Geschrieben Hat Ja Es Scheinen Ja Gerade Viele Probleme Damit Zu Haben Auch Erfahrene Nutzer Und Sie Und Das Ist Gerade Mein Problem Ich Als Erfahrener Nutzer Kann Euch Nicht Sagen Wofür Der Modus Ist Der Biest Modus Ich Weiß Nur Dass Ich Die Ergebnisse Die Ich Habe Die Valide Sind Nicht Einfach Eine Salatschlüssel Meter In Luft Darüber Halten Und Sagen Wow Ich Habe Auf Meter Gefunden Ich Finde Topfdeckel Auf Meter Zwanzig Mit Mein Programm Sondern Wirklich Valide Zentimetergenaue Messergebnisse Auch mit den Engländern Verglichen Auch mit den Amerikanern Verglichen Und Alle Kommen Zum Gleichen Ergebnis Wir Wissen Nicht Wofür Dieses Programm Ist Es Wird Bestimmt Nutzen Haben Aber Wir Checken Es Gerade Nicht Keiner Weiß Warum Und Nocta Hatte Heute Auch Nocta Ein Fehl Wir haben Fehler Festgestellt Wenn Ihr Das Programm Nutzt Den Gold Modus Die Teilen sich Beide Den Reiter Vom Gold Modus Das Ist Nicht Auf Gold Modus Basieren Sondern Es Ist Einfach Nur Mit Drinnen Wenn Du Das Update Machst Und Den Werks Reset Machst Dann Startet Das Automatisch In G Ground Off Also Ist Fast All Metall Aber Nur Fast Ganz Biss Ein Zwei Sind Aus Diskriminiert Und Da Scheint Der Biss Muss Nicht Zu Funktionieren Das Hat Sie Heute Ja Selber Gesagt Das War Ein Fehler Ihrerseits Das Wurde Nicht Berücksichtigt Dass Das Im All Metall Modus Laufen Muss So Da Haben Wir Schon Mal Das Problem Wir Testen Ich Hab Es Auch Im Ground Off Hab So Wie Es Einfach Gekommen Ist Um Meine Ergebnisse Zu Haben Weder Park Also Park Hat Das Programm Geschlagen Felder Das Programm Geschlagen Selbst Die Eingegrabenen Münzen Bei den Engländern Und so Weiter Überall War Es Schlechter Dann Diese Geschichte Mit Dem Deep Target Was Ich Eine gute Idee Finde Die Leute Vom Simplex Kennen Das Noch Das War Auf Der 2.76 Da Hatten Die Tiefen Signale Noch So Einen Schwammigen Leitwert Und Dann Haben Sie Das Weg Gemacht In 278 Gab Es Schon Gar Nicht Mehr Weil Viele Gesagt Haben Ja Der Leit Springt Ja Immer Und Das Haben Sie Jetzt Wieder Geholt Das Heißt Du Kriegst Leitwerte Für Tiefer Liegende Sachen Ist Ja Nicht Unbedingt Schlecht Problem Gerade Ist Aber Wenn Du Das Aktivierst Und Über 2 Gehst Bekommst Du Ein Eisenton Dann Kriegst Du Ein Hinten Also Scheiße So Und Dann Ist Es Ja Kein Hate Zu Sagen In Beta Phase Ich Verstehe Es Nicht Alle Meine Ergebnisse Sprechen Gegen Dieses Update Sag Mir Bitte Wofür Es Ist So Das Ist Ja Eine Basierende Frage Und Dann Habe Ich Dann Habe Ich Zudem Auch Geschrieben Ich Sag Alle Ergebnisse Die Ich gemacht Hab Die Auch Kollegen Weltweit Gemacht Haben Zeigen Alle Das Programm Geht Nicht Tiefer War Ja So Prognostiziert Wurden War So Angekündigt Wurden Einen Tiefen Modus Der Alle Schlägt Ja Guck Sascha Schreibst Du Auch Warte Ich Muss Mal Kurz Hier Römischen Schlüssel Aus Eisen Okay So Und Dann Hat Ich Einen Der Darunter Geschrieben Hat Ich Weiß Gar Nicht Was Du Hast Ich Habe In 24 Zentimeter Eine Halbe Bier Dose Gefunden Aber Das Sind Doch Für Mich Keine Ergebnisse Das Ist Doch Für Mich Kein Valides Ergebnis Wie Gesagt Ich Kann Auch Einen Topfdeckel Drüber Halten Auf 1,20 Ich Will Euch Das Mal Ganz Kurz Zeigen Viele Haben Ja Gefragt Wegen Dem Goliath Programm Ich Habe Es Schon Abgefilmt Und Das Wird Ich Weiß Nicht Ob Es Diese Woche Noch Kommt Die Alex Ist Erkrank Das Muss Ja Alles Eingepflegt Werden Dass Das Auch Mit Codes Funktioniert Aber Ich Hätte Mir Gewünscht Dass Der Beast Modus So Verständlich Ist Wie Mein Programm Ich Zeig Es Euch Kurz Ich 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 Hab Die Spule Hier Seht Ihr Da Ist Die Damit Ihr Wisst Wo Sie Ist Damit Ihr Mal Ton Seht Und So Ein Bisschen Erahnen Könnt Was Das Ding Macht Einige Haben Das Ja Schon Getestet Gehabt Ich Hoffe Jetzt Hört Ihr Nicht Alles Doppelt Wartet Mal Hauen Wir Das Erst Mal An Hier Achso Ich Bin Übrigens Zurück Auf Die Hört Doppelt Warte Mal Ne Noch Nicht Ich Bin Übrigens Zurück Auf Die 1.13 Mit Im Gold Weil Wie Gesagt Ich Sehe Noch Nicht Den Nutzen Von 1.4 Also Basis 0.1.13 Machen Wir Mal Ganz Kurz Denk Daran Ist Im Haus So Jetzt Muss Ich Das Hier Anmachen Ich Schau Wo Das Geht Ich Lege Mal Hier Unten Also Er Hat Gesagt 24 Zentimeter Halbe Bier Dose Das Ist Soweit Das Ein Ring Das Ein Ring Und Keine Bier Dose Wenn Ich Was Größeres Nehme Könnte Jetzt Den Neuen Deckel Nehmen Aber Dann Würde Ich Halb Nackig Machen Kleine Silber Silber Münze Das Sind Die 24 Zentimeter Ist Doch Kein Kunststück Was Haben Wir Noch Ganz Interessant Aluminium Was 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 Los Silber Klingt So So Ich Ich Glaube Ihr Wisst Worauf Ich hinaus Will Oder Also 24 24 Zentimeter Auf Eine Halbe Bier Dose Was Ist Das Für Eine Aussage Ihr Habt Gesehen Wie Wie Der Gold Ring Abging Und Das Ist Das Was Ich Sage Also Es Gibt Kein Hate Ich Mag Den Legend Nach Wie Vor Aber Das Update Gefällt Mir Nicht Ich Verstehe Nicht Wofür Es Ist Ich Verstehe Nicht Wie Ich Erklären Soll Ja Da stehe Ich Auch Zu Finde Ich Absolut Scheiße Weil der sich Mit 4,99 Das war der Preisbrecher Überhaupt Der hat Bestimmt Anders Gemeint Alle 24 Zentimeter Eine Halbe Dose Also Wie gesagt Legend Ist Eine Tolle Maschine Man Kann Den Sehr Gut Einstellen Man Kann Sehr Viel Damit Machen Aber Das Update Kapiere Ich Nicht Und Ich Verstehe Dann Auch Nicht Wie sich Andere Hinstellen Und Ich Hab Meine Salatschüssel Auf Meter Gefunden Ja Ich Find Den Topf Auf Meter 20 Aber Auch Auf der 1 13 So Das Ist Keine Ahnung Weiß Ich Nicht Ich Mag Das Update Nicht Und Das Ist Auch Mein Gutes Recht Das In Frage Zu Stellen Morgen Soll Ein Video Von Dr Life Gehen Indem Sie Uns Zeigen Wofür Das Update Ist Und Das Was Ich Mir Vorstelle Ist Wahrscheinlich Dass Es Besser Im Unmasking Ist Weil Es Ja Auch Im All Metall Modus Arbeit Und Ich Glaube Was Diese Ganze Situation Angeheizt Hat War Dann Dieser Nomad Aus UK Der Hatte Nämlich Ein Video Gemacht Ist Über Eine Wiese Gegangen Mit Beast Modus Hat Einen Ton Gekriegt Und Hat Gesagt Ja Komm Lass Mal Im Park Testen Im Park Kein Signal Im Feld Modus Kein Signal Ja Ich Möchte Jetzt Keine Vermutung Aufstellen Aber Es Schon Komisch Dass Das Im Beast Modus Alles Findet Und Im Park Und Feld Ist Ruhig Und Dann Guckst Du Einfach Mal Auf Display Und Siehst Dass Park Modus Und Feld Modus Komplett Ausgeblendet Waren Und Es War Eisen Also Wenn Ein Nomad Der Eigentliche Ahnung Haben Sollte Das Nicht Sieht Woran Das Jetzt Gerade Liegt Keine Ahnung Tja Hans Der War Erhältlich Yay Ich hoffe Wirklich Sie Haben Nicht Nochmal Irgendwas Daran Geändert Sondern Zum Schluss War Er Ja Wirklich Okay Dass Man Laufen Konnte Ob Das Mal Lieblings Detektor Wird Weiß Ich Nicht Muss Es Auch Nicht Ihr Kriegt Natürlich Die Ganz Normale Tutorial Jetzt Dafür Aber Mal Gucken Das Hat Andere Gründe Na ja Ich glaube Ich kann Immer noch Sagen Ich meine Gut Gut Klar Ich weiß Ich bin Shop Und Klar Verkaufe Ich Geräte Aber Ich glaube Und das Bestätigen Eigentlich Alle Leute Die Mich Kennen Ich Bin Immer Meiner Meinung Treu Die Kann Sich Natürlich Auch Ändern Wisst Ihr Noch Ich Mochte Deus 1 Nicht Deus 2 Nicht Deus 1 Nicht Und ORX Nicht Ich Liebe Den Deus 2 Und Nicht Weil Ich Geld Für Kriege Und Ich Kriege Auch Kein Geld Für Die Videos Die Ich Mache Oder Die Trailer Die Ich Mache Das Mache Ich Weil Ich Da Bock Darauf Hab Da Ich Kein Cent Von XP Für Ich Kein Cent Von Meine Eigene Meinung Ist Und Die Werde Ich Immer Kund Tun Wenn Ich Was Scheiße Finde Wie Damals Beim Apex Das Rum Gezippelt Ist Wie Das Update Was Sie Gemacht Haben Mit Euromünzen Und Eisen Warum Soll Ich Das Nicht Sagen Ich Muss Keim Den Arsch Pudern Die Wissen Wie Ich Bin Die Wissen Dass Ich Sage Dass Scheiße Ist Mein Lab Hat Auch Angekotzt Und Das Wird Sich Nie Ändern Das Wird Sich Einfach Nicht Ändern Weil Da Habe Ich Keinen Bock drauf Meine Meinung Ist Meine Meinung Und Ich Mach Das Worauf Ich Bock Habe Und Ich Mag Die Geräte Die Ich Mag Wie Den Bersa Wie Den Dio 2 Wer Ein V80 Haben Will Bei Kleinanzeigen Ist Einer Mit Pinpointer Gebranchter Sodabier Deswegen Also Alles Klär Gehen Ist Schon Eins Das Höre Ich Gerne Das Höre Ich Gerne Und Wenn Ihr Euch Die Zeit Nehmen Die Videos Zu Liken Oder Den Shop Zu Bewerten Bei Google Oder Die Programme Zu Bewerten Das Wird Mir Helfen Weil Das Ist Dann Eine Art Dankeschön Von Euch An Mich Das Bringt Mir Was Acht Stunden Auf Die Uhr Und Ja Mag Was Morgen Raus Kommt Bei dem Video Was Nocta Zeigt Ich Hoffe Die Erleuchtung Wie Die Nautilus Ja Das War Auch Die Nautilus War So Geil Also Ihr Lieben Ja Das Soll Es Gewesen Sein Ich Weiß Gar Nicht Was Nächste Woche Dann Ist Für Ein Thema Kommt Bestimmt Wieder Was Auf Ja Bastelprojekt Wäre Ganz Geil Aber Mal Gucken Ich Hoffe Der Sebastian Nimmt Die Tage Nochmal Mit Dann Kann Ich Ich Glaub Dann Nimm Ich Dieses Mal Den Wehrsamer Mit Und Jensen Wenn Du Mein Lab Bei Mir Sehen Willst Red Mit Mein Lab Die Brauchen Einen Vernünftigen Content Creator Dafür Müssen Sie Sich Aber Erst Entschuldigen 83 Männer Und Frauen Die Hinter Dir Stehen Das Ist Lieb Also Kinder Lass Es Euch Gut Gehen Ich Hoffe Es Hat Gefallen Goliath Programm Kommt Die Tage In den Shop Oder Nächste Woche Und Ja Horus Wie gesagt Mit der 114 Warten Wir Es Ab Letztendlich Ist Es So Es Gibt Modi Am Deus 2 Die Ich Auch Nicht Mag Oder Nicht Verstehe Gerade Den Relikte Modus Am Deos 2 Mag Ich Auch Nicht Sonderlich Das Mache Ich Lieber Über Meine eigenen Programme Und Ja Dann Sehen Wir Nächste Bleibt Einfach So Wie Ihr Seid Achtet Einfach Auf Die Wichtigen Sachen Und Nehmt Nicht Immer Alles Für Baere Münze Was Ihr Seht Sondern Hinterfragt Auch Manchmal Ob Manche Sachen Nur Wegen Geld Sind Ob Es So Ist Wie Es Ist Und Ob Derjenige Genauso Viel Ahnung Hat Wie Ich In diesem Sinne Lieben Lass Es Euch Gut Gehen Alex Dir Schicke Ich Das Programm Nachher Noch Durch Boris Dir Auch Bianca Nimm Mein Kumpel Nicht So Hart Und Achte Darauf Wenn Der Silber Findet Das Ist Meine Die Erste Gehört Mir Also Ihr Lieben Ich Bin Da Mal Raus Lass Euch Gut Gehen Hier Kommt Das Outro Das Publikum War Heute Wieder Wunder Und Traurig Klingt Der Schluss Akkord In Moll Wir Sagen Dankeschön Und Auf Wieder Sehen Schaut Dann Mal Wieder Bei Uns Rein Das War Der Dienstag Das War Sabbel Zwei Alle Die Das Hobby Sonnen Lieben Ihr wart Bereit Mit Alex Und Stefan Das War Eure Stunde Nächste Woche Geht Es Dann In Die Nächste Runde Lass Nochmal Einen Daumen Hoch Da Bald Ist Der Neue Sabbel Dienstag Wieder Da Da